Servus, grüßt euch! Ich bin der Hans aus dem Fliegel-Agro-Center und heute möchte ich euch unsere neue Verladezange VZ110 vorstellen. Sie kommt mit einem neuen Anbaupack daher und sie kommt in einem Komplettset inklusive Drehmotor. Da gehen wir jetzt aber gleich im näheren drauf ein. Im Grunde genommen ist das auch nichts anderes wie bei allen unseren Rückgezangen. Wir haben einen Anbaupack, der hat Euronormaufnahme und Treibpunkt zusammen integriert. Auf der Unterseite haben wir zwei Abstellfüße, die man außer Teleskopieren kann manuell und mit dem Bolzen sichern kann, damit man die schön abstellen kann. Daher oben haben wir einen kurzen verlängerten Arm und an diesem Arm hängt ein Gelenk dran, dass man die Zange auch so bewegen kann, dass man da flexibel ist und an diesem Drehgelenk hängt dann unser 3 Tonnen Endlos-Drehmotor, den man rechts sowohl auch links endlos dran kann. Das Schöne bei dem Drehmotor ist, dass das Gewicht der Zange nicht auf der Mechanik innen drin hängt, sondern außen an der Außenhülle und die Mechanik dadurch nicht beeinflusst wird, wenn man mal ein bisschen mehr Gewicht dran hängt. Die Zange an sich ist ähnlich aufgebaut wie unsere Rückgezange, die hat auf der linken Seite einen Stabilisator drin, hat auf der rechten Seite einen Zylinder mit einer 40er Kolbstange drin, da haben wir richtig Kraft, dass wir richtig zugelangen können und Öffnungsweite hat die Zange 1,30 Meter. So und wie das Ganze jetzt funktioniert mit dem Drehen und mit dem Auf und Zu machen, das würde ich euch jetzt gerne zeigen. So, ihr habt es gesehen, wir sind da richtig flexibel mit der Zange und wenn euch die Zange interessiert und wenn sie näher Informationen haben wollt oder einen aktuellen Preis, dann würde ich sagen, schreibt es uns unten in die Kommentare rein, ruft uns im AgroCenter an oder kommt einfach vorbei und schaut es euch im Originalen an. Wir beraten euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020